Auf der Börse Coinbase kann man immer mal wieder mit den Coinbase Learning Rewards Kryptowährung verdienen. Dazu muss man sich nur ein kurzes Video ansehen oder einen Beitrag lesen, an einen Quiz teilnehmen und hat damit relativ schnell und einfach kostenlos Krypto erhalten. In diesem Video zeige ich dir wie dies geht. Gehe dazu in deinem Coinbase Account auf Learning Rewards und hier siehst du nun die Möglichkeiten welche Kryptowährung du verdienen kannst. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist es zum Beispiel der Token Aleo. Ich klicke hier auf Starten. Insgesamt gibt es hier 6 Aufgaben die man erfüllen kann. Ich starte mit der ersten Aufgabe. Hier wird dir nun gezeigt was Aleo ist. Ich springe jetzt einmal durch und beantworte die Frage am Ende. In diesem Fall zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Das war richtig. Klicken wir auf Weiter. Und wie du siehst habe ich 91 Euro Cent verdient. Gehen wir wieder auf Weiter und fahren fort mit der zweiten Lektion. Die Informationen kannst du dir dann anschauen. Ich übergehe diese jetzt hier wieder und beantworte die Frage. In dem Fall ist es Option 2 eine Möglichkeit etwas zu beweisen und die Informationen selbst preiszugeben. Auch das war richtig. Klicken wir auf Weiter. Lektion 3. Die Infos übergehe ich wieder. Und die Antwort ist hier No. Auch das war richtig. Wieder 91 Euro Cent verdient. Nächste Lektion. Die Infos übergehe ich wieder. Und die Antwort ist hier, indem dem Patienten die Möglichkeit gegeben wird, nur die unbedingt notwendigen Angaben zu machen. Und wieder 91 Euro Cent verdient. Schaue ich mir mal die zweite Möglichkeit an, die gerade hier angezeigt wird. Hier kann man bis zu 14 Euro 63 in einem AKT Token verdienen. Ich klicke auf Starten. Und starte auch hier die Lektion. Und beantworte die Fragen. Schaue ich mir die Infos hier an. Und beantworte die Frage am Ende. Diese ist alle vorstehenden Optionen. Und damit habe ich wieder 91 Euro Cent verdient. Nächste Lektion. Schaue ich mir die Infos an. Und beantworte die Frage. Auch hier alle vorstehenden Optionen. Nächste Lektion. Schaue ich mir die Infos an. Und beantworte die Frage. Ein Nutzer der Zugriff auf Rechenressourcen erhalten möchte. Und wieder 91 Euro Cent verdient. Mit den Learning Rewards auf Coinbase kannst du also durch die Beantwortung von Quizfragen oder durch die Durchführen von Aktionen kostenlos Token erhalten. Möchtest du dies einmal ausprobieren, findest du einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Möchtest du dies auch hier.